Die Sendung wurde live untertitelt. Besser als hier! Ray Charles sah die Welt auf eine Art, die sich sonst niemand vorstellen konnte. Ich höre so wie du siehst. Dieser Kolibri vor dem Fenster zum Beispiel. Ich kann ihn gar nicht hören. Hörst du das? Sein Herz hat eben einmal ausgesetzt. Er hat Schranken durchbrochen, die niemand für möglich gehalten hätte. Wenn Sie wollen, dass ich was Besonderes mache, dann brauche ich meine eigene Band. Okay, aber da muss auch was draus werden, Ray. Es wird daraus, was daraus wird, Baby. Yeah! Er spielte, was sonst niemand wagte. Noch niemand hat bisher Rhythm und Blues und Gospel kombiniert. Ihr macht Gottes Musik zu Sex! Ihr kommt alle direkt in die Hölle! Wenn ihr wollt, dass ich weiterspiele, dann gebt mir ein Amen. Amen! Ich hab schon den ganzen Abend ein Auge auf dich geworfen. Er befüllt ihr Handgelenk. So stellt er fest, ob sie gut aussieht oder nicht. Wie fühlst du dich, Ray? Groovy, Baby. Sind diese Drogen es wert, alles zu verlieren? Ray, das ist nicht irgendein Richter in Indianer. Unsere Anwalt, die tun, was sie können, aber... Wenn ich aus dieser Tür gehe, laufe ich alleine in die Dunkelheit. Ich versuche, was durchzusetzen, was noch nie jemand im Musikbusiness erreicht hat. Der Erneuerer der Stoll, Ray Charles! Wir bieten dir hier einen super Vertrag. Da ich meine Platten schon selbst produziere, hab ich gedacht, ich könnte auch meine Masterbände behalten. Ray, sowas haben wir bisher noch nie gemacht. Nicht mal Senator hat so ein Deal. Yeah! Jamie Foxx Ray, ein Film von Taylor Hackford Well, I think I'm going to crap I think I'm going to crap